Willkommen bei PayEye. Mit PayEye können Sie den Swiss QR-Code sicher einlesen und Daten in Ihre Finanzsoftware oder in Ihr E-Banking übermitteln. In diesem Video erklären wir Ihnen, wie Sie Ihr PayEye installieren, in Betrieb nehmen und welche Einstellungen Sie vornehmen können. Sie haben Ihr neue PayEye jetzt sicher vor sich. Im Idealfall als komfortables Komplettpaket, inklusive Dockingstation, USB-Wallcharger und einem USB-Bluetooth-Stick. Im Grundpaket enthalten sind das PayEye, ein USB-Kabel Die Willkommenskarte mit der URL clx.ch slash payeye Im nächsten Schritt laden Sie die PayEye-Software runter und installieren Sie Ihres PayEye. Für das öffnen Sie die Seite clx.ch slash payeye Als Windows-User wählen Sie jetzt auf der Webseite den Button «Download Windows» und starten Sie den Download der Software. Öffnen Sie nach dem Download die Datei mit einem Doppelklick auf das PayEye-Symbol. Wählen Sie aus, in welcher Sprache die Installation ausgeführt werden soll. Im Anschluss wird Ihnen der übliche Zielordner angezeigt. Klicken Sie auf «Weiter» oder wählen Sie einen anderen Zielordner auf Ihrem Computer aus. Im nächsten Schritt können Sie festlegen, ob die PayEye-Software bei jedem Start von Ihrem PC automatisch geöffnet werden soll. Klicken Sie jetzt auf den Button «Installieren» und nach der Installation auf «Fertigstellen». «PayEye-Symbol» finden Sie jetzt auf Ihrem Desktop. Und der «PayEye-Wizard» erscheint auf Ihrem Monitor. Sie können jetzt mit dem Installieren von Ihrem PayEye fortfahren. Verbinden Sie Ihres PayEye mit Hilfe des USB-Kabels direkt mit einem freien USB-Anschluss an Ihrem Computer. Nehmen Sie für das nicht die Dockingstation. Diese ist nur zum Aufladen und stellt keine interne Datenverbindung zwischen dem PayEye und Ihrem Computer her. Sobald die Verbindung erfolgreich aufgebaut worden ist, klicken Sie auf «Weiter». Falls ein Firmware-Update notwendig wäre, wird das automatisch durch die Applikation gemacht. Klicken Sie auf «Weiter». Für die erste Installation ist es sinnvoll, bei der Verbindungsvorauswahl USB zu bleiben. Sie können die Verbindung zu einem späteren Zeitpunkt zu Bluetooth oder Wi-Fi ändern. Klicken Sie jetzt auf «Weiter». Wählen Sie jetzt Ihre bevorzugte Finanzsoftware oder Ihres E-Banking in der Liste aus und klicken Sie dann auf «Weiter». Ihr PayEye ist jetzt erfolgreich eingerichtet und betriebsbereit. Klicken Sie auf «Test», um einen kurzen Testscan zu machen. Oder drücken Sie «Überspringen». Klicken Sie jetzt auf «Beenden». Das Setup ist jetzt abgeschlossen und Sie können mit Ihrem PayEye und Ihrer Finanzsoftware Zahlungen vornehmen. Um Ihre Einstellungen zu ändern, öffnen Sie die PayEye-Trade-App auf Ihrem Desktop. Sie sehen jetzt das Menü. Klicken Sie jetzt auf «Einstellungen». Unter «Sprache» können Sie zwischen drei verschiedenen Menüsprachen wählen. Unter «Finanzsoftware» können Sie Ihre bevorzugte Finanzsoftware und E-Banking-Applikationen auswählen und ändern. Bis zu sechs verschiedene Voreinstellungen stehen Ihnen zur Verfügung. Ihre definierte Auswahl wird Ihnen im Menü angezeigt. Verbindungen können entweder via Bluetooth, Kabel oder Wi-Fi hergestellt werden. Um eine Verbindung über Bluetooth herzustellen, kontrollieren Sie zuerst, ob Bluetooth auf Ihrem Computer aktiviert ist. Falls kein Bluetooth auf Ihrem Computer verfügbar ist, können Sie im CreaLogic Shop den USB-Bluetooth-Stick bestellen und mit dem einfach und komfortabel eine kabellose Verbindung herstellen. Wechseln Sie jetzt den Verbindungsmodus Ihrem PayEye. Für das klicken Sie auf das «Bluetooth-Icon» und anschliessend auf «Verbinden». Während die Verbindung angepasst wird, muss Ihr PayEye weiterhin mit dem USB-Kabel angeschlossen sein, bis in der Applikation die Aufforderung kommt, dass es getrennt werden kann. Wichtig! Die Bluetooth-Einrichtung kann nur über den Punkt «Verbindung» in der Applikation gemacht werden und nicht über die eigenen Optionen Ihrem Computer. Der Wechsel zu Wi-Fi kann nur direkt über Ihres Netzwerk gemacht werden und ist je nach Systemumgebung unterschiedlich. Wenn Sie Fragen zu der Wi-Fi-Verbindung haben, kontaktieren Sie unseren Support. Dort wird Ihnen gerne weitergeholfen. Wenn Sie wollen, können Sie auch unter «TestCenter» eine QR-Code-Musterrechnung herunterladen und ausdrucken, mit Ihrem PayEye scannen und überprüfen, ob alles einwandfrei funktioniert. Unter «Infos» finden Sie Kontaktinformationen zum Support- und Versionshinweis. Zum Scannen von einer QR-Rechnung platzieren Sie Ihres PayEye mittig über dem QR-Code und stellen Sie sicher, dass die grossen Quadraten gut erkennbar sind. Klicken Sie dann den weissen Knopf. Der Scan wird Ihnen standardmässig am Bildschirm angezeigt. Falls Sie das nicht möchten, können Sie das im PayEye-Menü mit einem Klick auf «Vorschau», «Aus» oder wieder einschalten. Mit der PayEye-App können Sie QR-Rechnungen im PDF-Format direkt online erfassen, ohne die Rechnung auszudrucken. Die Zahlungserfassung in Ihrer Finanzsoftware ist identisch. Nur drücken Sie nicht den Auslösenknopf vom PayEye, sondern klicken Sie in der PayEye-App auf «Datei scannen». So öffnet sich der Dateiexplorer. Doppelklicken Sie dann die gewünschte PDF-Rechnung und schon sind alle zahlungsrelevante Daten scannt und werden automatisch in die aktive Zahlungsmaske übertragen. Unter clx.ch slash payeye finden Sie weitere Infos, Hilfestellungen und Kontaktinformationen für individuelle Fragen. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit PayEye!